Peace Leute, was geht ab? Ich bin's Justin und heute sind wir wieder am Borkinger See. Ich habe letztes Mal in den Titel geschrieben, Pekinger See, das tut mir recht herzlich, leider, ich habe mich verschrieben. Das ist natürlich der Borkinger See. Und ja, wie ihr sehen könnt, hier am See, dann war, wollte ich sagen, drückt mal auf Stop. Also Leute, hier sind wir am See, das ist jetzt der zweite Teil und drei Arten. Wie man, ja, wie man springen kann, das ist jetzt, aber jetzt kommen andere Arten, die vorher ernten. Papa, ich muss kurz schauen, ob es läuft. Nicht. Okay, passt. Und die erste Art, wie man springen kann, ist eine typische Arschbombe. Oh Gott. Oh, mein Arsch. Aber für YouTube, Papa drückt mal kurz am Stop, dass ich... Also, die zweite Art ist wieder der Karate-Meister. Wapp, ich bin gar nicht. Wapp, stop. Am Stop. Okay, die letzte darf mein Papa entscheiden, welche Arsch ich mache. Der Angsthase. Nein, ich mache eine Rückwärtskniebombe. Also, mach. Und da muss ich fucking jumpieren. Okay, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann hoch der dritte Teil kommt irgendwann bei 150.6. Und tschau. Tschau.